Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht in den letzten 15 Monaten, man muss Gesetze kompliziert machen, dann fällt das nicht so auf. Wir machen nichts Illegales, wir machen Notwendiges, aber auch Notwendiges wird ja oft unzulässig infrage gestellt. Horst Seehofer, merken Sie es noch? Das war ja echt meine Aussage. Wir machen Gesetze ganz kompliziert, damit sie keiner versteht und dann bringen wir sie auch noch stillschweigend ein. Vielleicht in den Abendstunden oder während eines großen Fußballspiels. Ja klar, so läuft heute Politik. Und wer so Politik macht, der muss sich allerdings auch nicht wundern, dass sich immer mehr Menschen von diesem Politikbetrieb abwenden. Dass immer mehr Menschen das Gefühl haben, ihre Interessen spielen doch hier in Berlin im Reichstag überhaupt keine Rolle. Klar, sie machen nichts Illegales, sie machen Notwendiges. Ich finde, das, was sie da machen, ist wirklich ein Verbrechen an der Demokratie. Also ich muss ehrlich sagen, wer so ein Politikverständnis hat, der hat abgewirtschaftet und er sollte jetzt auch endlich gehen. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020